So, ich bin erstmal wieder da. Das war eine tolle Begrüßung. Mit dem Vorspann, den ich da immer neu schneid. Jetzt mal der N aus der Schule so. Du hast ja einen total bekloppten Vorspann. Mach doch mal was sinnvolles. Ey, mach doch mal was sinnvolles Vorspann. Guck dir den Netzplayer an, der hat so und so viele Abonnenten. Viel mehr als du, also machen besseren Vorspann. Und dann ist vorausgekommen. Ich hab doch nur die Ende Folge gesehen, wo du die Schinke mault hast und die andere Folge, wo du die, die du nicht hochgeladen hast. Ja. Das was, ich finde, man schon wieder auf S-Hater, ne? Da sag ich nur, Junge. Und mehr sag ich, steinig. Das mal lieber bin ich in der Schule auf. Da sag ich, na okay, nee, das war es ein Besonderes. Aber da würde ich ernsthaft sagen, YouTube ist groß genug, du brauchst nicht bei mir gucken. Und wenn du eine Speine guckst, du brauchst schon wieder aufregen. Das ist soweit meine Sache. Und ich freue mich jetzt immer, wie mir Schleuder abonnieren. Vielen, 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 vielen. Und das ist Klasse, alle. Vielen, 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 vielen Dank für die Abonnenten. Das sag ich schon, 11. 12. Wer weiß, wenn ihr das Video klappt, ab schwächen 12. Erst mal essen. Ab schwächen 12. Das sind natürlich auch super. Und ich bin schon wieder richtig, 6,6 Reden und richtig schnell. Richtig, richtig, richtig krankenlos. Ein Glas. Ah, 14 Klaus. 21 Klaus. 20 Klaus. Ich habe mich so lange hier gemerkt. Das kommt nicht davon, dass ich lange auf Kawa wegen der Aufnahme, ich habe eine Sekunde Pause gemacht. Guckt euch das Ende von der letzten Aufnahme an, am Anfang von dieser, das seht ihr, ich habe mich null bewegt. Na, ja, das entspricht sich natürlich darum, das kann man sagen, nicht auf Kawa, ne. Ist ja nun auch egal. So sind wir schon unter der Decke angeschrammt. Es ist schön, dass wir schon da sind. Ich mache es mal hier alles zu. Außer hier. Das machen wir nach unten. Wir haben so ein bisschen Stein mit. Und das macht die Spitzsacke da hinten, die muss auf die zwei. Das reißen muss ich das hier alles raus. Und meine Schaufel ist ja kaputt. Kommt das mal da nicht. Ja, das war scheiße gerade. Ich habe hier, das geht so, das ging früher. Ja, das ist so Backfunder. 1.5.2, ich weiß auch nicht, von der alten Version. Version, weiß es nicht. Aber jedenfalls ist da das Ding da. Da kannst du das machen. Ne, wie es war schon ein. Und das müssen wir jetzt hier durchmachen. Guck es jetzt mal hier hin, hier. Und dann machen wir da hin. Springen runter. Ich habe hier gerade einen Plan aufgefasst. Da machen wir da hin. Und dann da. Wir können wir mich hier runter in die Spongebung rein. Oh, wir werden dann Stress bekommen, dass wir hier unser Zeug rausbekommen. Also jetzt nicht diesen Go-Affting-Table hier, aber die Fackeln. Dann können wir dem Schlecher nochmal eine Bahne nach unten machen. Scheiße, das ist ja schon mit eingeplant. Oh ne, die müssen wir da nochmal vergrößern. Ja. Apropos vergrößern. Okay, ich hab's kein Schaden bekommen, oder wie? Scheiß Forscher von Minecraft. Ach, das ist schon die dritte hier, aber sie kommen aus VW2. Oh mein, ich verkackst gerade echt. So und, ja. Ich muss schon nochmal aufs Maul, das wie sich. Scheiße, das muss ich niesen. Nicht niesen, nicht niesen, nicht niesen. Schon noch nie in den Letzbläten niest. Noch kein einziges Mal noch nicht mal am alten LP. Äh, Quatsch, noch mal am alten Kanal. Jedes Mal muss ich schlecht und drücken, da ist ja nur Rede. Und ich... muss... muss auf die Zeit gucken. Und nur gucken, wo ich mich hinbaue. Alter, was ist hier los? Da ist licht. Okay, es könnte schon so aufwölk bedeuten, dass wir irgendwann mal... Melonensamen bekommen. Melonensamen. Das wollen wir hier nochmal hoch. Ich mach das mal einheitlich mit Koppel und ich mit irgendwelchen anderen Stein. Sieh ich schon scheiße aus, die Monsterfalle. Seh mal eh nicht, weil es halt in die Dunkel ist, aber trotzdem. Angekommen. Ich konzentriere mich mal wieder, deswegen bin ich so ruhig. Ne, das muss schon bleiben. Oder muss das bleiben? Mal lassen mich schon mal drüber nachdenken. Hier muss ich aber auch noch. Dieses muss weg. Nach dreistündigem Nachdenken haben wir sich entschieden. Weg. Ja, weil wir haben auch gar nichts. Hä, ist doch gar nicht mehr hin. Doch, halt hin. Wir haben uns das ja noch nicht gemeint. So langsam etwas unübersichtlich meine ganze Produktion hier. Jetzt überlege ich wie viel... Ja, wie viele Monsterschweilen ich schon hier in Bankraft gebaut habe. Das durften... zwei gewesen sein. Zwei ist schon eine zu viel, ne? Das sind ja die Schlunde, wo dann die Monster runter machen. Absichtlich zwei breit. Kreisen zu übertrieben. Guck mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zwei nach hinten. Und dann muss man auch schon nochmal zwei nach hinten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und muss man eins und da zwei. Scheiße, ne? Scheißen, Dreck, aber machen wir erstmal hier so. Das wird nur überhaupt das schaffen. Wir haben ja schon wieder die Hälfte um. So, wir haben ja... Boah, ich muss schon mal 40 Sekunden zurechnen, weil ihr ja noch ein Vorspann seht. Ja, weg mit. Vorspann, mein schönes Vorspann. Muss ich schon mal alle aufregen, und die Vorspann ist scheiße. Alle. Kommt hier mit nach dem Modus fiktisch Delphine. Kennt ihr das jemand? Gelophon, ja, ich hab's gehört. Ist immer schon wieder bei 14 Minuten, nee. Also, sei ruhig. Ich bin damals 19.04 Uhr, wow, schön. Ja, schon mal spät auf. Mach's gerne. So, meine Sache. Nee, eure. Ja. Also, ich krieg langsam kein Bock auf die Monsterfeuer, weil die langsam nur scheißer wird. Wir haben so am Anfang leicht verkackt, und jetzt haben wir uns total verkackt. Und jetzt müssen wir hier das zumachen. Das sind nur die Ende Seite, oder? Ja. Oh, bis denn du mal ruhig zu Telefon, das nervt echt mal. Ah, juhu, 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 juhu. Und ich hab doch vielleicht die Playlist an, da diese Folge doch ganz schön lang ist. Ist ja eigentlich auch soweit egal, das ist ja euer Problem, ihr müsst euch das ja anhören. Nee, nee, YouTube ist groß genug, kann ich immer wieder sagen. YouTube auch groß ist. Es gibt Milchorten von Xperia, äh, Let's Playroom. Xperia. Xperia. Ein füttererus- und abstürmisches Ding dort. So. Es sieht doch vernünftig aus, wieder. Vernünftig erzieht man noch so ein. Hallo, kommt zu. so war man nächsten da haben wir was falsch gemacht das sehe ich bisher her und sollte stein nehmen und zwar hier zu elf minuten plus hier von freundlichen ich bin so genial ja ich bin schloss der Einer das klingt natürlich für mich schon wieder normal wenn ich sag schloss der Einer auch für andere klingt das wäre lustig andere finden das auch lustig wenn ich rede weil ich ja aus einem anderen Bundesland kommen wie jeder weiß ich komme aus Bayern in Wiener Schnitzer nein ich komme nicht aus Bayern, ich komme aus Sachsen 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 wie jeder weiß ja ich denke mal das Wort nur an mir sind ich habe ich jetzt nicht selber gegen das ich ich bin ich habe lieber noch ein Mistfehler aus der NRW ich rede die Reden schön die Reden schön klar wir haben Verwandte von dort was sagt mir denn das für eine Scheiße gefeuert ist noch ja gut tut so da hat also jetzt habe ich schon nur drum dass ein Stiefchen fehlt so 9 das haben wir uns also wir haben nun unsere erste Etappe erreicht wir haben die Spanning Grounds fertig wir haben hier die Dinger fertig nur unser Problem ist jetzt erst mal dass wir Rind ziehen müssen wo wir hier das machen wollen und Problem ist unser Spitzagestleger kaputt und ich habe keine Eise mit 1 2 3 4 5 6 7 von die 8 der hat noch lange durchgehalten beim Zweck Zweck auf den Täter aber keine einzige kein einziges Eisen Herr Schweiß ist auch schon die letzte Folge mal weg haben in der letzten man muss halt so skandelt bekannt kommen ja hier von armen leuten müssen schon mit stein machen das hat ja in geschnitten vor dass ich das noch mal weiter muss aber es war klar irgendwo das ist nicht mit eng geplant hat diese Dinger dort ich habe doch die werden schon auf der Stelle geht es ja mal noch auf der Grund sind es zwei die weg müssen durch die Lärmung noch was in der Stimme die wenigstens mit wenigstens als wenigstens dies und ich wollte noch fertig man schon mal noch eine Aufnahme immer die jahre was mir gegenüber noch mal 1 2 3 4 5 6 8 ja toll freudig und das haben wir keine Höhle schon mal in der aber schade ist die andere Welten gehabt schon eine Single-player-Welt gemacht so in der Survival-Welt nachschule Monsterfalle gebaut mit 4 Spawning Grounds das ist immer noch mal ein kleines Bild größer wie die hier mit MLA automatischen Lager also mit MLA unten drinnen das erste mal Trichter genutzt in mein Kraft jedenfalls du musst du schon durch Ende kommt durch eine komplette wenn wir sind die durch eine komplette Dings hier sind Kliff nicht aus Filmbegriffen 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ja gut 8 wir sind dann komplette M die Schmiene die Schlucht ja Schlucht müssen komplette Schlucht zum Glück sind bis gut muss ich dort durchspauen aber die Schlucht war nur am Rande also am Rand von der Sunde Ecke gibt es so hier so rum in die Mittendurchschwärme schädigt die Mausen gebaut so eine schöne Welt da habe ich ein Haus im Wasser gehabt aus Holz komplett aus Holz dann habe ich ein Haus geworden das zum Bauernhof hatte ich da mit Wolle ganz vielen Tieren in dem Haus drin und die haben die zehn Kontos um 1.5.2 gemacht dann hatte ich noch er hat schon noch schönes in dem Mühle wollte ich von der Schwannein bekommen 1 2 3 4 5 6 7 die Mühle wollte ich von der Verstieg hinbekommen weil ich ja so weit geworden ich hatte Kiel kann ja nicht liegen und ohne Fliegen geht ich habe dann auf dem Sofa habe ich dann in die Mühle gebaute ging das ohne Fliegen frage ich nie wie ne wie und es ist bei 6 Minuten was ist man Cut also steht in geschmeidigen Cut und dann tschau und Servus